Musik Wow, mit die hübscheste, fescheste Skifahrerin hat jetzt auch ihre erste Goldmedaille bei Großereignissen gewonnen. Ihr glaubt, da ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen, Tina. Ja, das ist wirklich ein schöner Tag für mich. Ich wollte wirklich gewinnen und einmal Gold zu machen. Ich war immer zweitem. Viel Silber schon zu Hause und ich habe gedacht, das ist genug. Es war ein langer Tag und schwieriger, aber ich habe gut gemacht. Tina, du hast Geschichte geschrieben. Was ist momentan zu Hause los? Inwieweit gehen die Emotionen über in Slowenien? Ja, ich denke schon, aber ich habe keinen Kontakt mit Slowenien jetzt, aber es ist sicher eine große Sache. Und ich bin sehr glücklich, dass meine Familie heute hier ist und wir machen ein bisschen Party nachher. Wir wünschen viel Spaß bei der Party. Was sagst du hier zum Tirolberg? Alle Leute freuen sich mit dir. Ja, es ist sehr schön, hier zu sein, weil ich wohne nicht weit von Osterreich und ich fühle gut im Osterreich. Und es ist sehr schön, dass Leute, die unterstützen mich. Danke.